Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir hatten gestern auf Insolito reagiert und zwar der Fall von Matthei Parrish. Und jetzt, Leute, haben wir einfach gesehen, dass auf der Seite, weil es war ja ein ungelöster Fall, der war richtig krass, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann checkt ab. Checkt erst mal das online gekommen. Und jetzt haben wir einfach auf der Seite von Insolito gesehen, dass es ein Video darüber gibt, dass der Fall gelöst wurde. Ein Update. Der Fall wurde gelöst. Wir haben gestern wie dumm spekuliert. Ich glaube das, ich glaube dies, ich glaube das. Ihr habt auch spekuliert und deswegen, wir haben jetzt einfach die Lösung. Wir gehen direkt rein und schauen, wie das Rätsel gelöst wurde. Vorab folgt noch auf Instagram. Wir sind ja jeden Tag aktiv. Und abonniert unbedingt uns hier und auf unserem Hauptkanal JT Family. Da kommen nämlich Vlogs online. Genau, aus der Türkei. Also an alle Türken zeigte eure Stärke. Okay, okay, okay. Ich bin gerade so gespannt. Ich auch. Hey Leute, heute gibt es ein kurzes Update-Video für euch. Der Anlass dafür ist aber leider kein schöner. Ihr erinnert euch vermutlich an die beiden Videos über Matej Peres. Der 27-jährige Kroate verschwand in der Nacht auf den 31. Dezember 2021 spurlos. Gemeinsam mit seinen Freunden war er nach Belgrad, der Hauptstadt von Serbien, gereist. Dort wollten sie einige Tage bleiben, feiern und schließlich das neue Jahr begrüßen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Gemeinsam mit seinen Freunden besuchte Matej am Abend des 30. Dezembers den Club Gotik und feierte dort. Der 27-Jährige trank dort laut Angaben seiner Freunde kaum Alkohol und war zu keinem Zeitpunkt betrunken. Die Stimmung sei gut gewesen. Doch irgendwann konnten sie ihren Freund in der Menschenmenge nicht wiederfinden. Matejs Jacke war zwar noch in der Garderobe, doch von ihm selbst fehlte jede Spur. Als er auch am nächsten Morgen nicht auftauchte, alarmierten die Freunde die Polizei. Eine große Hilfe für die Ermittler war die Tatsache, dass ein Großteil Belgrads durch Überwachungskameras eingefangen wurde. Matej konnte noch auf Überwachungsaufnahmen gesehen werden, wie er gegen 1.30 Uhr die Diskothek Gotik verlässt und anschließend durch die Straßen Belgrads läuft. Seine Spur verlor sich nach einiger Zeit an einem Steg in der Nähe des Restaurants Savanova. Der Fuß des Stegs mündete direkt in den Fluss Savanova. Seitdem fehlte von Matej jede Spur. In den darauffolgenden Wochen gab es einige Analysen der Überwachungsaufnahmen. Eine häufig aufgestellte Theorie war die, dass jemand auf dem Steg auf Matej wartete und ihn dort erschoss oder erschlug. Die rangezoomte und verlangsamte Aufnahme der Kamera wirkte auf einige Zuschauer so, als würde man einen Schuss sehen können und im Anschluss Matej, der zusammensagt. Offiziell bestätigt wurde das allerdings nie. Es betrat oder verließ auch niemand vor oder nach Matej den Steg, was diese Theorie unwahrscheinlicher wirken lässt. Einen versteckten Aufstieg kann man aber nicht ausschließen. In den Wochen nach Matejs Verschwinden analysiert ein zahlreicher Hobby. Das wird ja auch Sinn machen, warum auf dieser einen Überwachungskamera ein vermeintlicher, man weiß ja nicht, ob es wirklich ein Körper war, aber ein Körper war, der im Fluss so geschwommen ist. Weil wenn er zum Beispiel ertrunken wäre, wäre doch sein Körper voller Wasser, dann würde er untergehen. Aber wenn er erschossen wurde und ins Wasser geschmissen wurde, dann schwebt er noch seinen Körper, weil er mit Duft gefüllt ist, oder? Ja, das kann echt sein. Ich dachte sogar, vielleicht hat ihn jemand umgebracht. Er hat ja erzählt, so ein richtiger Ex oder so, oder was weiß ich. Aber das war wirklich, fand ich persönlich, mit am unrealistischsten, dass jemand ihn erstochen, erschossen oder was auch immer hat oder zusammengeschlagen oder so. Aber wenn das wirklich die Lösung ist, dann, oh mein Gott. Vielleicht auch wegen seiner Herkunft, weil er Kroatisch und in Serbien ist? Ja, kann auch sein. Das ist auch so ein bisschen immer so kritisch, ne? Also jetzt kein Angriff an Serben, aber ich selber habe albanische Freunde und die hatten auch mal Schlägerei mit Serben, weil die mitbekommen haben, dass die Albaner sind. Manche Leute sind ein bisschen blöd, ne? So deswegen, ja. ...zelligen Aufnahmen und kamen dabei zu verschiedenen Theorien des Abends. Manche glaubten, dass er sich an dem Steg mit jemandem verabredet hatte, der ihn ermordete und ins Wasser stieß. Andere vermuteten, dass er bereits, als er aus dem Club lief, verfolgt wurde. Dafür gab es allerdings keine schlüssigen Argumente. Hm, ne, glaub ich nicht. Wieder andere vermuteten, dass Matthei Drogen genommen hatte und im Wahn durch Belgrad rannte. Am Steg könnte er ausgerutscht und ins Wasser gefallen sein. Keine dieser Theorien konnte schließlich bestätigt werden. Dennoch beschränkte man die Suche nach Matthei tatsächlich schnell auf die Sava und die Donau. Matthei kam nie wieder von dem Steg nach oben. Und kurz nach seinem Verschwinden filmte er eine entfernte Kamera, wie etwas Großes im Wasser der Sava trieb. Das meinte ich, genau. Ob es sich dabei aber wirklich um einen Menschen gehandelt hat, weiß man nicht. Dafür ist die Qualität der Aufnahme zu schlecht, als dass man hundertprozentig sagen könnte, dass dort ein Mensch im Wasser treibt. Wenn ihr noch mehr Kameraaufnahmen und Details zu Mattheis Verschwinden hören möchtet, dann schaut euch unbedingt die beiden Hauptvideos dazu an. Da haben wir noch genauer die Aufnahmen und Mattheis Verschwinden analysiert. Einige Monate kam es zu keinen neuen Hinweisen auf Mattheis Verbleib. Das hat sich nun geändert. Am Morgen des 18. Mai wurde gegen 9.30 Uhr eine junge männliche Leiche aus der Sava geborgen. Es ist stark davon auszugehen, dass es sich bei der geborgenen Leiche um Matthei Perisch handelt. Die endgültige DNA-Analyse steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus, aber mehrere bulgarische Quellen bestätigten bereits, dass es sich bei der Leiche sehr wahrscheinlich um Matthei handelt. Einer der Gründe dafür ist die Kleidung des Todes. Seeleute hatten den Körper in der Nähe von Adahuia, ungefähr zwei Kilometer von der Panschewo-Brücke entfernt gefunden. Die Leiche trieb in der Donau, was mit Mattheis Ort des Verschwindens übereinstimmen könnte. Dann hat er gut dahingetrieben. Ja, wenn er das wirklich war, wir wissen es ja noch nicht, aber er muss es quasi gewesen sein, außer da ist noch jemand ertrunken innerhalb der fünf Monate. Der ist ja an Silvester am 31.12.2021 ertrunken oder ins Wasser gefallen und gestorben. Und das war im Mai, fünf Monate später. Ja, jetzt denke ich mir aber, es muss ja erst mal herausgefunden werden, ob er es war. Und dann bin ich wirklich gespannt, was die Todesursache ist. Entweder man kann ja gucken, ob äußerliche Eingriffe stattgefunden haben, also durch Gewalt, Schuss und so, wie man ja direkt sieht, wenn er erschossen wurde. Oder er wurde abgestochen, zusammengeschlagen, irgendwas, hatte innere Blutungen oder so. Oder er ist einfach nur ertrunken. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Sein Vater hat sogar diesen Punkt komplett ausgeschlossen. Er hat gesagt, nein, mein Sohn ist nicht ertrunken. Der war Athletschwimmer und so, das war sein Hobby. Der konnte perfekt schwimmen. Aber, was der Vater nicht ausgeschlossen hat, war ja, dass er ermordet wurde und dann zwar, dass er geschmissen wurde. Ja, genau. Ein toter Körper kann nicht mehr schwimmen. Und davon, das hat der Vater nicht ausgeschlossen. Was ich auch noch sagen wollte, er kann aber nicht sagen, dass er erschossen wurde, weil wenn die Sicherheitskräfte dort oder was auch immer, diese Rettungskräfte, einen Körper aus dem Fluss dort geborgen haben, dann sieht man direkt, ob da eine Schusswunde ist. Ja, eigentlich schon. Oder wie sieht ein Körper, Leute, nach fünf Monaten aus im Wasser? Ja, das ist es halt auch. Das habe ich ja noch nie gesehen. Deswegen war es auch bestimmt schwer, ihn zu direkt, also man konnte ihn nicht direkt identifizieren, weil sein Körper bestimmt schon am Verwesen war, weißt du. Im Wasser geht es dann auch bestimmt nochmal ein Stück schneller. Und dann, deswegen muss man da safe mit DNA arbeiten. Nur wenige Kilometer entfernt die Savan die Donau mündet. Bestätigt wurde, dass der Tote mit Jeans, T-Shirt und einem weißen Turnschuh bekleidet war, was auch mit der Kleidung von Matei am Abend seines Verschwindens übereinstimmt. Das auffällige schwarze T-Shirt mit Jaguar-Applikation und gelber Schrift, was er bei seinem Verschwinden getragen hat, stimmt ebenfalls mit dem des Toten überein. Was es sehr wahrscheinlich macht, dass es sich bei der Leiche wirklich um Matei handelt. Des Weiteren wurde an der Leiche eine Armbanduhr und ein Handy in der Hosentasche gefunden. Das Handy in der Hosentasche ist ein weiteres Indiz dafür, dass es Matei ist. Denn in der Nacht seines Verschwindens kam das letzte Signal des Handys aus der Nähe der Kriegsinsel. Ungefähr zwei Stunden, nachdem er das letzte Mal auf einer Kamera gesehen wurde. Ob man durch das Handy noch an irgendwelche Informationen gelangt, wird derzeit untersucht. Sollte Matei sich aber wirklich mit jemandem am Steg verabredet haben, wie einige vermuten, dann wird man, falls Experten die Daten auf dem Handy sicherstellen können, in nächster Zeit Hinweise darauf finden. Ah, Baby. Narnet Perrisch, Mateis Vater, machte sich sofort auf den Weg nach Belgrad und sagte zu dem schockierenden Fund folgendes. Die DNA muss noch verglichen werden, aber der Kleidung nach zu urteilen, entspricht der junge Mann Matei. Nun, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Mehr habe ich im Moment nicht. Es ist schwer für mich und wir haben uns mehr Informationen erhofft. Aber jede Wahrheit ist die Wahrheit. Und ich muss mich ihr stellen. Ich und meine Familie. Es ist, wie es ist. Mehr kann ich nicht sagen. Es ist sehr schwer für mich. Ich werde nach Belgrad kommen. Nenat hatte nach dem Verschwinden seines Sohnes zwei Monate in Belgrad verbracht, in der Hoffnung, seinen Sohn schnell wieder in die Arme schließen zu können. Dazu wird es vermutlich nie wieder kommen. Oh, Mann. Eine genaue Todesursache ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Blick-RS soll die Leiche zwar in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand gewesen sein, aber man soll keine offensichtlichen Gewaltspuren gesehen haben. Ja, okay. Natürlich wird auch eine toxikologische Untersuchung durchgeführt, um zu prüfen, ob der Grund für Mateis Verhalten eventuell Drogen war. Weil der Tod aber wahrscheinlich schon lange her ist, ist unklar, ob man noch irgendwelche Rückstände finden kann. Ja. Nenat bedankt sich in einem Interview mit der RS auch noch für die Hilfe. Ich danke allen für Gebet und ihre Fürsorge. Es gab so viel aufrichtiges Mitgefühl während der Suche. Das werde ich nie vergessen, weil es mir sehr viel bedeutet hat. Das werde ich nie vergessen, egal wie stark der Schmerz war. Ja. Krass ist der, ich sag mal, der Vater noch so, wie soll ich sagen, so nett. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ich hab das Gefühl, wenn Eltern ihr Kind verlieren, dann ist kein Platz mehr für Nettigkeit und Bedanken. Ja, ich weiß nicht mehr. Ja, ich weiß nicht mehr. Sondern die sind nur noch am Heulen, am Ausrosten und wollen nichts zu niemanden mehr sehen, weißt du? Ja, ja, ja. Und dass er noch sagt, danke für eure Hilfe, für das und das. Ich finde das immer so krass, wenn Leute das aufhören. Sehr stark auf jeden Fall auch von ihm, ja. Gut, also vielleicht wird das mal weiterhören, vielleicht kommt da noch was. Sollten in den nächsten Tagen oder Wochen noch mehr Informationen bekannt gegeben werden, werde ich euch natürlich darüber informieren. Folgt dafür am besten beiden YouTube-Kanälen. Okay Leute, folgt ihnen zu Lito, ihr habt es gehört. Abonniert auch uns. Ich glaube, es gibt gar kein Update mehr. Das Video, was wir gerade angeschaut haben, war vor fünf Monaten. Ich glaube, es gab noch kein Update mehr. Also höchstwahrscheinlich ist es eher, die Kleidung passt, das Aussehen, der Ort. Eigentlich passt alles. Ich will wirklich wissen, woran er gestorben ist. Das ist so traurig. So ein junger Mann, der war 27, glaube ich. So jung, wollte nur Spaß haben, ist dann irgendwie, nur Gott weiß, ertrunken oder ihm wurde irgendwas angetan. Und jetzt ist er einfach tot. Das Ding ist, der Fall ist ja eigentlich in dem Sinne gelöst, dass er wirklich tot ist und dass er sich auch im Wasser befand. Aber jetzt frage ich mich trotzdem, gibt es einen Täter? War es Selbstmord? Das ist so halb gelöst. Weißt du, was ich meine? Man weiß einfach nur, dass er tot ist. Ja, also da müssen auf jeden Fall noch mehr Analysen stattfinden, damit klargestellt wird, wie er gestorben ist. Dass er gestorben ist, wissen wir jetzt schon mal. Wenigstens hat die Familie diese Klarheit. Genau. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, liken, kommentieren, abonnieren. Dann sehen wir uns morgen, wie gewohnt, um 20 Uhr. Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.